Ein Redebeitrag von Kopp. Wir machen hier eine Kundgebung gegen Rassismus. Anlass ist der Prozessbeginn in München gegen einige Mittäterinnen und Mittäter der NSU-Mordserie. Und wir stellen bei der Gelegenheit nochmal fest, dass das Problem Rassismus heißt und das eigentliche Problem nicht verhandelt wird. Deswegen sind wir heute hier und wir werden sicherlich noch mehr Aktionen machen.